Ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr werft einen Blick mit mir zusammen in eine meiner Schminkschubladen. Ich werde euch jedes einzelne Teil daraus einmal aus nächster Nähe zeigen und überlegen, ob ich es wieder einräume oder ob ich es aussortieren werde. Ihr werdet sehen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß. So, hier seht ihr meine nächste Schublade. Die ist ein bisschen besonders, weil sie als erste Schublade von den ganzen bisherigen eine Schachtel enthält, zum Beispiel in dem Fall mit Mascara. Ich habe das in mehreren Schubladen, weil ich solche kleineren Sachen wie Mascara, Augenbrauenprodukte, Kajalstifte, Lippenstifte, die habe ich nicht auch auf jede Schublade aufgeteilt, weil mir das einfach zu wuselig gewesen oder geworden wäre. Deswegen habe ich solche Sachen in Schachteln eben in den verschiedenen Schubladen untergebracht. Und hier ist eben eine meiner drei Mascara-Schachteln drin. Die werde ich jetzt auch nochmal durchgehen. Bei Mascara werde ich jetzt nichts aussortieren, weil, ja, wenn eine nicht funktioniert, kommt sie sowieso immer weg. Das ist bei allen Produkten so. Also ich sortiere ja zwischendurch auch aus, wenn ich was teste oder was mal wieder hervorkramme und es mir nicht gefällt. Und bei Mascaras ist es ja auch ab und zu mal so, dass die einfach eintrocknen und dann kommen sie logischerweise auch weg. Ja, ich werde die Schublade jetzt wieder ausräumen komplett und dann gehen wir mal Stück für Stück da durch. So, leer ist sie. Ich würde sagen, ich fange auch wieder mit diesen größeren Paletten an. Die, finde ich, passen hier hinten ganz gut rein. Ich habe hier als erstes die Revolution Kiso Palette. Die habe ich auch im Januar in einem Shop My Stash Video Look getragen. Ich finde sie zwar so von der Optik her, von der Fändchen-Anordnung relativ langweilig. Es spricht mich jetzt optisch nicht so mega an. Die Farben sind aber total schön. Das sind auch total meine Farben, die ich gerne auf dem Auge trage. Und deswegen bleibt die Palette auf jeden Fall in meiner Sammlung drin. Dann habe ich hier die Temi Palette, Tropical Paradise. Das sind alles so Influencer-Kooperationspaletten. Die Temi Palette sieht außen so aus und innen so. Ich kaufe mir solche Paletten meistens, wenn sie bei Revolution irgendwie reduziert sind. Und ja, das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, optisch muss ich das unbedingt haben. Aber trotzdem, also die Revolution Paletten sind halt auch, wenn sie reduziert sind, vor allem, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, mega, mega gut. Und ja, dementsprechend bleibt die auch in meiner Sammlung. Dann habe ich hier eine, die von außen ziemlich genauso aussieht wie die Kiso Palette. Die ist in Kooperation mit Roxy von Rox Saurus oder Saurus. Das ist die Ride or Die Palette. Da gab es verschiedene Variationen. Die sieht so aus. Die finde ich also von den drei bisherigen Paletten optisch auf jeden Fall am schönsten. Die Farben finde ich total toll. Ja, irgendwie diese Fännchengröße und Form finde ich auch irgendwie am ansprechendsten, muss ich sagen. Ich mag diese länglichen Fännchen nicht ganz so gerne. Ja, aber es geht ja hier hauptsächlich auch immer um die Farben an sich. Dann habe ich hier leider die Umverpackung nicht mehr, sonst würde die da sehr gut mitzupassen. Das ist die Soft Kooperation. Das ist die Extra Spice Palette. Ich hatte auch die erste Palette in Kooperation mit Soft. Die mochte ich nicht. Die habe ich ja aussortiert letztes Jahr, weil die für mich nicht so gut funktioniert hat. Die hier muss ich jetzt gerade mal vergleichen mit der Roxy Palette. Die kommt mir jetzt irgendwie doch sehr ähnlich, sehr ähnlich vor. Also auf jeden Fall, was die Hintergrundfarbe betrifft der Paletten, ist das halt identisch. Aber die Farben sind doch nochmal anders, wie ihr das jetzt, glaube ich, auch ganz gut erkennen könnt. Also dann kommt es für mich jetzt nicht in Frage, davon eine auszusortieren. Dann habe ich als nächstes die Rachel Leary Palette, Goddess on the Go. Ich habe auch die größere Palette, die ist so türkisfarben. Die hier hat auch superschöne warme Farbtöne. Hier noch so Fiatal-Produkte mit dabei. Ja, finde ich auch toll. Also ich muss zugeben von den, ich glaube Revolution ist eine Marke, von der ich am wenigsten Lidschattenpaletten, was die Menge betrifft, die in meiner Sammlung ist, verwendet habe. War das jetzt ein Satz? Ich weiß nicht. Weil, also bei Revolution bestelle ich meistens nicht nur eine Palette, sondern wie gesagt, wenn so ein Sale ist oder sowas, bestelle ich immer gleich mehrere Paletten. Und da komme ich mit dem Tragen einfach gar nicht hinterher. Deswegen haben sich relativ viele, gerade Revolution-Paletten angesammelt, die ich noch nie benutzt habe. Das ist hier auch der Fall. Also außer die Kisu-Palette. Und die erste Soft-Palette habe ich hiervon noch nichts getestet. Deswegen kann ich da nicht sagen, finde ich gut oder kommt zum Aussortieren in Frage. Es tut mir furchtbar leid für euch. Bei der hier ist es auch so. Das ist die Creative Volume 1 Palette mit so Faunfedern außen drauf. Die sieht so aus. Also von innen ganz anders. Hat runde Pfändchen, relativ kleine und viele Pfändchen. Ist vom Hintergrund her schwarz. Finde ich auch total interessant. Also von der Farbauswahl. Weil es ist ein guter Mix, finde ich, aus so verschiedenen Finishes, aus verschiedenen Farbkategorien. Ohne dass es jetzt zu krass knallig, komisch bunt aussehen würde. Dann habe ich hier noch eine aus der Wild Animal Collection, glaube ich. Die Courage-Variante. Davon gibt es, glaube ich, insgesamt drei. Und die müsste es auch alle noch geben. Die sieht so aus. Auch wunderschöne Farben. Ganz tolle erdige Farben. Super schöne, schimmrige Farben. Auch so in die Beere-Richtung. Voll mein Ding. Finde ich richtig schön. Dann habe ich noch diese hier. Das ist die Flawless 4 Palette. Dementsprechend gibt es auch Flawless 1, 2, 3. Ich glaube, ich hatte davon auch nochmal eine. Die habe ich aber schon aussortiert. Die hat hier auch diese kleinen Pfändchen. Leider noch ohne Farbezeichnung, sondern nur mit so einem Plastik-Dingsbums. Ich finde es immer schöner, wenn die Farbnamen richtig auf die Palette gedruckt sind. Ja, sehr schöne Palette. Habe ich auch schon mal für ein Video getragen. Auch total meine Farben. Ja, die muss ich auch behalten. Ich muss mal die beiden hier, die ich jetzt ja schon getestet hatte, die muss ich mal auf die andere Seite stellen, damit ich mir das besser, damit ich die besser auseinanderhalten kann. Dann habe ich hier eine etwas größere Palette von der Form her, aber immer noch von Revolution. Das ist die Live on the Dance Floor After Party. Die Palette davon gab es, glaube ich, auch drei oder vier verschiedene. Die sieht so aus. Ist jetzt schon ein bisschen ähnlich zu dieser Animal-Palette, aber insgesamt noch ein bisschen dunkler, würde ich sagen. Die habe ich jetzt auch noch nicht getragen, meine ich. Deswegen bleibt die nochmal in meiner Sammlung. Da könnte ich mir aber vorstellen, genau wie bei der Tammy Tropical Palette, die vielleicht irgendwann mal auszusortieren, weil sie mich halt so optisch nicht so anspricht wie andere Paletten. Und die ist auch irgendwie kaputt. Also irgendwie ist der Spiegel nicht richtig in dem Deckel drin. Aus dieser Serie habe ich auch noch eine zweite Palette, die also äußerlich wunderwunderschöne. Dieses Glitzer ist total schön. Das ist die Guest List Palette. Und die ist eigentlich, die ist schon sehr krass. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera jetzt so rüberkommt wie in echt. Die Farben sind halt wirklich richtig, richtig extrem warm, extrem rotstichig. Da muss ich auch nochmal ausprobieren, ob mir die auf dem Auge so gefällt. Aber ich habe mit der Venus XL Palette von Lime Crime auch so eine Palette, die im ersten Moment total so, wo man sich so ein bisschen erschrickt, wie rot die Farben sind. Aber letztendlich mag ich diese Palette total gerne. Und ich habe die Hoffnung, dass es bei der hier auch so ist. Deswegen einmal ausprobiert wird sie auf jeden Fall. Dann habe ich hier wieder eine Kooperationspalette mit Maxinechka. Wenn ich das richtig ausspreche. Das ist dann wieder eine etwas ruhigere Palette. Die finde ich sehr, sehr hübsch. Ich finde es toll, dass die einen Highlighter drin hat, einen ganz tollen Konturton, ein sehr dunkles Blush. Also ich mag die Farbe voll gerne. Und dann auch schöne Lidschattenfarben. Also so ein bisschen, ja nichts Knalliges, sondern eine, ja, eigentlich 4 in 1 Palette. Finde ich sehr schön. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die schon mal benutzt habe. Ich glaube schon, aber ich glaube auch erst einmal. Deswegen kommt sie auf diese Seite. Dann habe ich jetzt für diese Schublade noch die Palette. Die war ja vorher in der letzten Schublade drin. Passt jetzt aber nicht mehr, weil ich da was getauscht habe von BH Cosmetics. Die Sylvia Garni Palette. Die habe ich auch benutzt schon. Also die würde auf die Seite kommen. Passt aber leider haarscharf nicht in diese Schublade rein von der Höhe. Aber ich würde sie jetzt, glaube ich, einfach mal hier so unterlegen. Weil die ja auch so schnell dann nicht mehr drankommt in meiner Schminkboxen-Aktion. Deswegen kann die ganz gut da hin. Die hier passen auch genau hier rein. Deswegen lege ich die da mal rein. Dann habe ich hier noch eine BH Cosmetics Palette. Die ist auch wunderschön glitzerig. Das ist die Fairy Lights Palette. Die habe ich auch noch nicht benutzt. Die musste ich aber haben. Ich finde die Farben schön. Ich finde das Packaging total schön. Und BH Cosmetics ist auch eine Marke, wo man eigentlich blind zuschlagen kann, wenn es um Lidschattenpaletten geht. Also die haben eigentlich immer eine gute Qualität. Die hier kommt auch nochmal von BH. Die Marvin Magnificent Palette. Also die zweite. Er hat ja auch die Marvin Korn Palette rausgebracht. Die hier ist wieder so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen natürlicher. Mit ganz, ganz krassen, leuchtenden Highlightern aber. Die finde ich auch sehr schön. Ich habe sie aber, glaube ich, erst einmal benutzt. Deswegen würde ich sie jetzt mal hier mit drauflegen. Also oben raus. Und dann habe ich hier noch meine einzige größere Wet & Wild Palette. In Kooperation mit Bradman Rock. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist die Jungle Rock Palette. Fand ich auch sehr spannend, mal auszuprobieren. Und ja, finde ich auch schön. Also passt die jetzt da mit drauf? Nein, natürlich nicht. Sie ist ein Ticken zu groß. Na doch, wenn man ein bisschen drückt, geht es vielleicht. Nein. Hier passt sie hin, wenn ich sie so hinschiebe. Dann habe ich hier in dieser Schublade meine einzige Natasha Denona Palette. Und zwar die Glam Palette. Die habe ich jetzt, wo ich das Video drehe, noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, wenn das Video online ist, habe ich es vielleicht nachgeholt. Kann ich euch nicht sagen. Das werdet ihr dann vielleicht besser wissen als ich. Auf jeden Fall bin ich auf diese Palette sehr gespannt. Ich habe mir die ja im Sale gekauft, weil die Paletten sonst ja wirklich sehr, sehr, sehr teuer sind. Und ich wollte immer schon mal eine Natasha Denona Palette ausprobieren, weil eben alle sagen, die Qualität ist so super. Beim Swatchen konnte sie mich nicht überzeugen. Also da fand ich vor allem so die Mattentöne nichts Besonderes. Aber auf dem Auge ist das natürlich immer noch mal was ganz anderes, als wenn man es auf der Hand einfach swatcht. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf und freue mich drauf, die demnächst mal zu benutzen. Dann habe ich hier noch die Twilight Palette von Focalure. Die durfte ich mir mal zum Testen aussuchen. Die finde ich auch super schön. Also das ist eine asiatische Marke. Die Paletten sind relativ günstig. Da gibt es auch öfter mal Sales. Und ja, die sind wirklich toll. Also die Mattenfarben sind schön, die Schimmerfarben sind schön. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die habe ich für ein Video einmal benutzt. Deswegen, ach, die passt ja jetzt auch nicht rein. Das ist ja jetzt dumm. Doch, wenn ich jetzt drücke. Oh Gott, gleich sprengt es mir hier die Schublade. So passt sie rein. Aber ist das jetzt gut für die Schublade? Ich weiß es nicht. Ne, ich lasse es lieber. Ähm, ich glaube, die werde ich einfach in eine andere Schublade nochmal unterbringen. Oder passt sie hier raus? Ja, sie passt hier raus. Okay, dann kommt die hier so hin. Ihr seht es, glaube ich, gar nicht so richtig. Jetzt. Also da liegt sie jetzt drauf auf diesen Paletten. Okay, aber das hier ist echt ein bisschen blöd, dass die hier nicht hinpasst. Dann werde ich die wahrscheinlich in eine andere Schublade umschichten. Ja, machen wir das so. Dann habe ich noch ein paar kleinere Lidschattenpaletten. Einmal die von Boutique. Das ist die... Oh Gott, wie heißt die? So. Keine Ahnung. Das ist eine von den ersten Boutique-Paletten. Ähm, ja. Die habe ich von meiner lieben Kollegin geschenkt bekommen. Deswegen werde ich sie behalten. Von der Qualität her. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen damals, wo die Paletten rauskamen. Gab es sehr viel Kritik. Ich finde auch zu Recht. Ich finde sie vom Swatchen her super, 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 super schwach. Also es gibt viele, sehr viel bessere Paletten. Mittlerweile gibt es die Paletten ja auch gar nicht mehr. Ja. Aber ich behalte sie eben, weil es ein Geschenk war. Ich lege die mal hier so drauf. Dann habe ich von Catrice die Crystallized Rose Quartz Palette. Die sieht so aus. Finde ich ganz schön. Ist jetzt auch nicht die beste Catrice Palette, aber sie ist in Ordnung. Ich mag die Farben. Ähm, ja. Wenn ich das alles da rauf tue, ist auch doof, ne? Ich packe sie hier nochmal mit hin. Dann habe ich noch die Tartlet Toasted Palette von Tarte. Die finde ich sehr schön. Das ist auch meine, nee, gar nicht meine einzige Palette von Tarte. Ich habe ja noch die Schildkröten Palette. Ja, die finde ich sehr, sehr hübsch. Ich mag die Farben total gerne. Ich mag die Qualität. Ich mag die Optik der Palette. Die habe ich mal, die habe ich, glaube ich, mal in einem Blog Sale gekauft. Also, ja, die habe ich nicht im Original gekauft. Ja, aber trotzdem ist sie noch sehr gut erhalten, sehr voll und sehr schön. Dann habe ich hier noch drei kleinere Paletten und dann war es das auch mit die Schattenpaletten erstmal für diese Schublade. Essence Adventure Awaits Palette. Die, ja, ist Teil einer LE gewesen. Ich finde die total süß mit diesen Heißluftballons und ja, auch da ist es nicht die beste Qualität. Aber das hat einfach Sammlungscharakter. Deswegen wird die auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Dann habe ich hier diese Superpower Blechdosen Palette. Und ich glaube, die werde ich aussortieren. Ich mag nämlich eigentlich nur das Rot. Das Rot ist wirklich ein tolles schimmerndes Rot, aber auf alle anderen Farben kann ich irgendwie ganz gut verzichten. Ja, okay. Wir sortieren aus. Die hier aber nicht. Das ist die Rain or Shine Palette, auch aus dieser Essence Blechdosen Kollektion. Da mag ich einfach diese drei Töne hier total gerne. Das sind so tolle Schimmertopper, so ein bisschen Duochrome mäßig, sehr schön leuchtend. Und ich finde auch die Optik dieser Palette so niedlich mit diesen kleinen Wolken. Also die bleibt in meiner Sammlung. So, jetzt würde ich sagen, mache ich erstmal weiter mit den Mascaras hier, damit die wieder Platz finden. Also der Karton. Ja, soll ich euch die jetzt alle einzeln einmal zeigen? Ich mache das jetzt einfach mal. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr das total langweilig findet. Ich schütte die einmal kurz aus. Und dann kommt diese Box hier wieder rein. Also ihr seht, das ist eine Glossy Box. Ja, so. Ja doch, so ist ganz gut. Ja, ich versuche die mal ein bisschen. Ich kann die gleich mal ein bisschen ordnen, weil es gibt viele Mascaras, die ich, seit ich meine Schminkboxen so sortiert habe, schon benutzt habe. Die kann ich ja unten einsortieren. Das ist einmal die Greater Than Mascara von MDM Flow. Die finde ich sehr schön. Trended Up Multiplying Attention finde ich mittel gut. Essence Rock'n'Doll finde ich gut. Ja, viele Mascaras gibt es leider gar nicht mehr. Manhattan Volume Shake Mascara finde ich mittel. Rival de Loup Better Than Yours Mascara finde ich sehr, sehr, sehr gut. Die gibt es auch noch. Manhattan Supreme Lash Volume Colorist finde ich okay. Rival de Loup Radiant Glow LE Mascara finde ich gut. Maybelline Lash Sensational Mascara finde ich sehr gut. Da habe ich auch noch ein Backup von. Max Factor Glamour Extensions Mascara finde ich ganz gut. Masterpiece Transform Mascara von Max Factor finde ich auch ganz gut. Max Factor 2000 Calorie Mascara finde ich gut. Max Factor Velvet Volume Mascara finde ich ganz gut. Die habe ich übrigens alle mal zugeschickt bekommen. Also es gab mal Zeiten, da gab es irgendwie gefühlt mehr PR-Pakete. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich die nicht mehr kriege, aber es ist leider so. Eiko Black Magic Mascara in dieser Tube finde ich ganz gut. Clinique High Impact Mascara ist ganz okay. Maybelline Colossal Go Chaotic ist, ja, ist ganz gut. Die Maybelline Mascaras allgemein sind ganz gut. Colossal Go Extreme auch. Dann habe ich die L'Oreal Bambi Eye Mascara. Die ist auch sehr schön. Die ist ziemlich alt. Catrice Lashes to Kill Mascara. Die finde ich gut. Die kam mal aus der My Little Box von My Little Beauty, die Mademoiselle Mascara. Die ist auch ganz gut. Manhattan Wonderlux Volume ist okay. Also Manhattan Mascaras finde ich allgemein okay. Maybelline Mascaras finde ich gut. Max Factor Mascaras finde ich okay bis gut. Dann habe ich hier noch die Sandstone Mascara. Die ist okay. Hier haben wir nochmal Manhattan Volcano Explosive. Essence Mascaras finde ich meistens sehr gut. Lash Princess Mascara, mega, mega, mega. Das ist auch noch eine weitere aus dieser Reihe. Also die sind wirklich, die sind super, super toll. Urban Decay Perversion Mascara, die ist gut. Catrice Lashes to Kill Pro Mascara ist okay. Davon habe ich auch nochmal die wasserfeste Variante. Wasserfeste Mascaras benutze ich nur, wenn es sein muss. Also wenn ich irgendwie weiß, ich gehe schwimmen oder so. Ansonsten mag ich das nicht. Ich mag das Abschminken einfach nicht. Hier habe ich noch eine kleine Größe von der BH Cosmetics Stellar Lash. Die fand ich bis dato, glaube ich, ganz gut. Ich habe sie aber auch erst einmal getragen. Also einmal eine Woche, glaube ich. Isadora auch eine Probegröße All Day Long Lash. Fand ich ganz gut. Wird aber auch bald leer sein. Estee Lauder Little Black Primer. Ich glaube, das ist gar keine richtige Mascara. Oder nennt die sich nur Primer? Ich weiß es gar nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, wie ihr merkt. Dann habe ich hier noch eine kleine Probegröße von der MAC. In Extreme Dimension. Die finde ich gut. L'Oreal Paradise Ectetic. Die ist gut. La Roche-Posay Tolerian Mascara. Multi Dimensions Mittel. Nochmal eine kleine Größe von der Clinique Mascara. Die ist ganz gut. Benefit Roller Lash mag ich sehr. Und hier habe ich noch so eine ganz dünne Mascara von P2 Upper and Lower Lash Line Skinny Mascara. Die ist natürlich auch super alt, aber bisher hat sie noch funktioniert. Werde ich aber meiner Tante weiter verschenken, weil sie solche Mini-Bürstchen immer sucht in der Drogerie. Weil sie eben super feine Wimpern hat und kleine Augen und deswegen mit sowas besser klarkommt. Also die werde ich hier bei mir aussortieren und ihr weiter verschenken. So, das waren die Mascaras. Dann würde ich sagen, mache ich weiter mit Primern. Da habe ich diese beiden. Bei Primern sortiere ich auch nicht aus. Die brauche ich einfach auf. Es sei denn, sie gefallen mir halt überhaupt nicht. Ich habe hier einmal den Laura Mercier Primer. Gibt es in der Form leider nicht mehr. Den finde ich ganz gut. Ist wie so eine angenehme Tagescreme. Und von Erborian habe ich hier die Pink Perfect Creme. Habe ich jetzt länger nicht mehr benutzt. Kann ich jetzt im Moment nichts zu sagen. Als Foundation habe ich hier drin das Day All Day 16 Hour Long Lasting Makeup von Essence. Ich habe mir das einmal nachgekauft, weil Elfie von Elfie Loves das so gerne mag. Und ich muss sagen, beim ersten Mal mochte ich es nicht gerne. Weil es mir zu stark auf der Haut lag. Weil es mir zu maskenhaft war. Ich mag eher den natürlichen Effekt. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal weiter testen. Ich habe es bisher erst ein, zweimal getragen. Davon kann man irgendwie noch nicht so wirklich ein Makeup beurteilen. Deswegen bleibt es auf jeden Fall erstmal in dieser Schublade drin. Als Fixing Spray. Ja, surprise, surprise. Meine ganzen Backups von Catrice Dewy Glow Fixing Spray sind hier überall verteilt. Das werde ich natürlich super gerne aufbrauchen. Einen Concealer habe ich tatsächlich nicht in dieser Schublade, weil ich tatsächlich gar nicht so viele Concealer habe. Das ist natürlich auch ein Produkt, was sich schnell aufbraucht. Und dementsprechend hat es für diese Schublade bisher nicht gereicht mit meinen Concealern. Aber wenn diese Schublade mal dran ist, würde ich es einfach so machen, dass ich mir aus einer anderen Schublade eins dazu nehme. Ähm, Fixing Powder habe ich aber, und zwar von Rival de Loupian, gibt es also nicht mehr, das lose Fixing Powder. Das ist so ein weißes Puder. Ja, finde ich ganz okay. Ihr wisst, ich mag lose Puder nicht ganz so gerne, aber ich komme damit schon einigermaßen klar. Es ist halt immer so eine Sauerei auf dem Schminktisch. Deswegen mag ich es nicht so gerne. Ähm, Bronzer habe ich einmal den hier. Den mag ich sehr gerne von Mislin. Beach Please Browsing and Contouring Powder. Ich habe die Variante Holiday Hooray. Ist ein sehr schöner Ton. Ähm, nicht zu warm, aber schon ein bisschen aufwärmend. Ähm, ja. Davon gibt es verschiedene Farben. Ich mag halt die Verpackung auch voll gerne. Ja, das ist ein gutes Produkt. Das bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Ähm, als zweiten Bronzer habe ich den hier. Der war mal in einer Glossybox drin. Äh, von Model Co. Ist der. Den finde ich auch ganz schön. Der ist noch ein bisschen dunkler, aber, also auch ein bisschen schimmernd. Aber wenn man da mit so einem Puderpinsel reingeht, ist es voll in Ordnung. Mag ich gerne. Und dann habe ich noch den Essence Hello Good Stuff Mud & Glow Brownster da drin. Der ist ja relativ neu im Essence Sortiment. Der ist sehr, sehr schön. Der ist auch kühl vom Unterton her. Die obere Seite hat so ganz, ganz, ganz leichten Schimmer mit drin. Sieht man aber auf der Haut so gut wie nicht. Ähm, der ist sehr schön. Der bleibt auf jeden Fall auch in meiner Sammlung. Passt hier aber nicht so gut rein, wie ich feststelle. Na gut, dann muss der hier so schräg stehen. Ähm, Blushes habe ich einmal den hier von Kiko aus der Superwoman LE. Ne, Wonder Woman. Nicht Superwoman, Wonder Woman. Sieht sehr, sehr schön aus vom Packaging her. Ist so ein Blush Leiter, also mit Schimmer drin. Die lasse ich meistens in der Umverpackung bei Kiko, weil ich die Umverpackung auch sehr schön finde. Ich habe die jetzt da hinten einmal zwischengesteckt. Dann, ähm, habe ich hier drei H&M Blushes. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich, keine Ahnung. War ewig nicht mehr im H&M drin, ne? Wahrscheinlich, wie viele von euch. Ähm, die Blushes sind super, super schön. Ich hatte mal, glaube ich, fünf Stück. Zwei habe ich aussortiert, aber die werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist einmal die Farbe Tawny Peach. Dann, ähm, Cameo Pink. Das sind so richtig tolle Blushtöne, die so gedeckt sind, so soft sind. Und die mag ich total. Und der letzte Farbton ist Rosy Brown. Ja, super schön. Ich mag auch das Packaging, auch wenn das so ein bisschen billig klapprig wirkt. Aber so von der Optik her finde ich die ganz schön. Passen die hier jetzt ein bisschen rein? Ja. Na, siehste. So, was habe ich noch? Ich habe noch diese beiden Alverde-Produkte hier. Das sind einmal ein Blush, einmal ein Highlighter. Nennen sich aber Rouge und Highlighter. Also man kann es variieren. Ja, das ist für mich eher ein Blush oder ein Blush-Topper oder Blush-Lighter. Ich weiß nicht, ob die noch im Standardsortiment sind. Ich befürchte nicht, aber so alt sind die eigentlich noch gar nicht. Und das hier ist eben so ein hellerer Highlighter. Werde ich beide behalten. Dann habe ich hier von P2 noch dieses Rainbow Blush drin. Das war ja mal eine Zeit lang ganz, ganz angesagt, so Regenbogenprodukte rauszubringen. Benutze ich eigentlich eher als Highlighter, weil ich finde, für ein Blush ist es zusammengemixt zu hell. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie rüberkommt. Doch, es leuchtet auch ganz schön. Ich finde das ganz nett, das Produkt. Das darf in meiner Sammlung bleiben. Dann habe ich hier diesen super schönen Highlighter. Der ist auch noch aktuell von Trend It Up. Super Glow Baked Highlighter. Den kann ich sehr empfehlen. Der sieht ein bisschen dunkel aus. Ist er auf der Haut, aber nicht, finde ich. Also ja, der bleibt auf jeden Fall bei mir. Ich tausche den mal hier. Dann habe ich hier noch von P2 dieses Strobing Wonder. Das ist so ein cremiger Highlighter, beziehungsweise der hier ist so ein bisschen dunkler. Den könnte man eigentlich eher so als Blushlighter nehmen oder als Bronzertopper. Aber ich finde den sehr schön leuchtend. Also die Produkte mag ich gerne. Ich habe davon eigentlich auch noch irgendwo einen zweiten. Der ist dann aber wohl in einer anderen Schublade. Zwei Blushes habe ich hier noch von Maybelline aus dieser, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Face Studio Reihe. Wo ich so lange gebraucht habe, um zu checken, wie man diese Verpackung öffnet. Das ist einmal die Farbe Pink Amber und einmal ein etwas knalligerer Ton, nämlich Peach Pop. Werde ich beide gerne behalten. Dann habe ich hier noch ein Lippenprodukt drin, wie in den ganzen anderen Schubladen vorher auch. Jeweils immer ein Lipkit von Rival de Loup aus der Matte Couture Serie. Hier ist es die Farbe Gown. Das ist so ein dunklerer Beerefarbton. Hier ist auch noch ein Produkt für die Lippen von P2 aus der Wild Me Up LE. Mag ich immer sehr gerne. Also nehme ich es ein Blush- und Lippenprodukt, aber ich benutze das nur als Lippenprodukt. Sieht sehr dunkel aus, ist aber ein bisschen schier. Also auf den Lippen kommt es nicht ganz so dunkel rüber. Finde ich ganz schön, mochte ich bisher immer gerne, darf deswegen auch bleiben. Und dann habe ich hier noch zwei so Mini-Lidschatten-Druos, einmal von Smashbox. Das sind die Farben Turned On und Psyked. Gab es, glaube ich, mal bei einer Douglas-Bestellung dazu. Finde ich ganz schön. Auch niedlich, so vom Packaging her. Und hier habe ich so eine Mini-Duo-Palette von Art Deco. War mal in meinem Art Deco Adventskalender vor ein paar Jahren. Das sind diese beiden Farbtöne hier. Also die kann man, wie ihr seht, auch rausnehmen. Man kann sie mit beliebigen Art Deco-Lidschatten befüllen. Das ist so eine magnetische Palette. Ja, diese beiden sind jetzt drin. Vielleicht tausche ich das irgendwann mal aus, aber auf jeden Fall werde ich diese Umverpackung hier sehr gerne behalten, weil ich die voll schön finde. Genau. So, dann hätten wir diese Schublade auch wieder ein bisschen aufgeräumt. Es sind wenige Produkte rausgewandert. Also ich glaube, das ist der Negativ-Rekord, was jetzt das Aussortieren betrifft. Aber diese beiden Produkte sind es geworden. Ja, warum ich die anderen nicht aussortiere, habe ich euch erzählt. Ich glaube, das ist so zu akzeptieren. Und dann würde ich sagen, schließen wir diese Schublade und das Video für heute. Ich sage ganz, ganz vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.